Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, ich warte mal da die Bauraurauri. Er spritzt seine Kartoffeln heute Morgen. Es ist 6 Uhr bevor da die Sonne aufgeht und es heiss wird spritze ich meine Kartoffeln gegen Krautbäule. Jawoll. Ja, 6 Uhr und die Sonne steht auf. Mit 0,6 Liter Revo stoppt. Ja, das hat auch einen Wert auf gegen Altenaria, die jetzt bei heissen Meter ja gefährlich wird. Ja. 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 Ja.